Herzlich Willkommen auf der OPA Rhein-Messe. Ich komme von Frankfurt. Hier ist es einfach fantastisch. Das Wetter ist natürlich sehr gut. Die Leute hier sind sehr nett. Die Stände sind sehr gut. Es rentiert sich einfach jedes Jahr hierher zu kommen, weil es ist einfach fantastisch. Sie sehen, selber bin ich jetzt 37 Jahre dabei. Mein Vater war schon vorher in den ersten Jahren hier. Was soll ich sagen, ich bin ja fast Gründungsmitglied hier. Wir haben uns schon einiges gekauft. Sehr viel Auswahl. Und vor allem für uns. Wir sind eher ein bisschen die Gummets. Sehr viel Auswahl und gute Sachen. Wir kommen hier von der Gegend. Wir kommen von Riedmüllen. Wir sind jedes Jahr hier auf der OPA Rhein-Messe. Wir sind dieses Jahr beim Herr Stadel, der Wasserbette verkauft. Da haben wir letztes Jahr immer alles abgenommen. Wir haben jetzt mitgeteilt, dass wir sehr zufrieden sind mit seinem Wasserbett. Und dass wir uns rundherum glücklich fühlen bei dem Wasserbettbewerse. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Gegen letztes Jahr war ich eigentlich eher ein Plus. Wunschlos glücklich. Mit der Messe sind wir ganz zufrieden. Und zwar, wir haben ein ganz tolles, interessantes Publikum. Wir haben einen schönen abverkauft. Das Beto macht eine, spielt mit. Und ja, im Großen und Ganzen sind wir ganz toll zufrieden. Mit der Messe sind wir ganz toll. Wir haben jetzt einen Besuch, ins müssen wir ganz zufrieden. Alle recht herzlich, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Es wird sehr gute Sachen geboten, beste Qualität und zum Ende zum vernünftigen, günstigen Preis. Vielen Dank.